Hallo, ich bin der Thomas, Mitarbeiter der Düsselhäuser Brauerei und Dirigent der Düsselhäuser Brauereikapelle. Ich befinde mich hier in der Düsselhäuser Brauerei an der Nacht der Blasmusik. Gleich geht's los mit den Hergolzhäuser Musikanten. Ja und wir Hergolzhäuser freuen uns natürlich riesig mit dreijähriger Verspätung zwar, aber heute hat's endlich geklappt. Die Nacht der Blasmusik startet gleich. Wir sind mit dabei, freuen uns und wünschen euch einen wunderschönen Abend bei bestem Düsselhäuser Bier und schöner Blasmusik. Viel Spaß euch! Bis zum nächsten Mal.